hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video heute bin ich wieder landrangers ja es gibt nichts spezielles ich habe den puzzle noch nicht gespielt ich habe ein bisschen gespielt aber nicht zu viel habe mir das durchmaterial erhalten und jetzt was ich davon mein problem ist zurzeit geld ich komme nicht ans geld im lab gab es nichts besonderes ich stelle gerade produkte her für die wie heißt die eis oder so ich habe wahrscheinlich nicht lab mein team für albedo albedo habe ich das gegeben mehr fähigkeit juss also sie nutzen viel viel mehr aber sonst ist nichts passiert ich habe jetzt mehr gems da aber auch nur noch pvp spielen glaube ich ja was geht ja das kann ich auch nachher machen findet so wie empfindet sie oder mein jagen main stage müssen ja auch mal main stage weiterkommen schau wichtig von let's go weiter der herr ist bisher noch vorbei ja ich fühle albedo albedo und albedo ja ich fühle nicht wir haben gerade eine protein shake sieht auch richtig schnell die kleine ist wirklich schnell wow spekt ich habe ihr dinge gegeben deine waffe das boostet ihr angegriffsschönlichkeit wow wow ey ich will doch mein boss der wie heißt der der scanne da der ist viel zu pfiff der macht es einfach er bei mir klein hat und der ruft es vorbei da ja ich liebe es haben schon gesagt dass ich mir gerade eine protein shake gönne sag es doch ist das beste äh ey nein digga er verbindet ich schicke nur die zwei merkt die das ich bin sprachlos ah die hat jetzt auch plus 150 prozent ihres damages ja die macht mehr als doppelt so viel damage wie haben wir den da nicht egal das sollte noch nachher frei gehen wir weiter blib 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 any range is out there I'm surrounded by lava be careful okay das ist ein lavabium wusste wir ey was kommt meine oh es ist echt ein lavabium wow wow perfect this is by altar of flame okay cool perfect Perfekt Hahaha Es gibt so schnelles Liebes Liebes auch Fortschritte machen Aber kein Levelauf bekommen Weil Da kann ich ja mehr updaten Ja Komma Schöne Die Kleine muss wirklich verbessern Albedo Ich habe noch nie so natürliche Folgen Drück 2 Knöpfe und die Runde ist vorbei Ich muss es nicht mehr machen Ich muss nur auf weiter klicken Mehr nicht Wartet Könnt das noch rausfahren Unnötig Zittir Ja Ja Und ich würde noch was sagen Dazu Oh Joku Was geil ist Schön Ich würde noch mal Ich würde noch mal Ach, Leonard. Das ist gut. Das ist sehr gut. Die sind nie viel. Wir könnten noch ein bisschen Linderkampf machen. Schau mal schnell. Haben wir nicht genug? Kann ich wieder angreifen? Ja, ich kann wieder angreifen. Ich werde erst mal Reward zahlen. Kein Reward was zahlen? Wieso hat der noch 96%? Nee. Komm schon. Ich brauche... Nein! Läuft nicht so gut. Perfekt. Schön. 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 Ich bin in der Bost. Hier ist es. Kommt das? Oh, schade. Ja, weiß ich nicht. Ja, gib mir auf. Das ist ja so spaßig. Können wir noch machen. Ähm... Ähm... Öppel 4. Da kann man schön viel Geld machen. Ja, schön. Schön. Ich kann das noch rausfahren. Das bitte. Kann es bitte schneller gehen? Hopp hopp. Schneller. Schneller. Danke schön. Ganz einfach. Es gibt drei Regeln. Und wenn wir die einhalten, dann bekommen wir mehr Geschenke halt. Ist aber noch schon spaßig. Oh, da können wir auch... Oha! So, das wird wohl vergessen. Ah, man kann nur drei Angeln für Plotter machen. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Shit. Ähm... Endet das auch mal? Danke. Ja, mach mal dabei doch viel zu lang. Das nervt. Mach mal alles gar nicht. Kann das noch auch passieren? Boah, die vier Geschenke sind gut. Ja. Gib mir das. Ich will alles. Ich will alle... Was heißt das? Dass sie teurer sind oder was? Oh, es gibt eine bestimmte Antworten, wie viele Leute ich... die ich also... rausschicken kann. Der ist halt richtig schwach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also bitte. Was? Wie oft kann es ja fehlen? Danke. Wow. Das hat viel zu lange gedauert. Ein Prozent. Perfekt. Schau mal schnell, wie viele Tickets wir haben. Vier. In seiner Luftballon. Sieben. Na, ich mach elf mal in der Million. Äh, ich mein zwanzig ist für eine Million. Aber wir könnten Gacha reinschauen. Ja. Äh, wir können jetzt noch ein Ticket was holen. Können wir mal ein paar Gears holen? Wie ist das zu? Ah, jetzt. Boah, die würde ich gerne haben. So, warte. Ich schau mal schnell, was das so gibt. Äh, eins Rope. Äh, was sagt das für Fähigkeiten? Ja, ich zeig es tatsächlich nachher. Komm, holen wir uns. Zwei Runde ist das noch nichts. Bleue Innovation. Unnötig. Unnötig. Na, das aber schon. Aber fälles nicht. Das ist doch anders. Willst du mich verarschen? Gib mir nochmal. Magic Attack, Attack Spit. Das ist doch nicht Spicer. Genau so. Sau. Das ist noch schlechter als alles andere. Das Ding ist geil gewesen. Das da. Ja. Der ist ein Bullshit. Gib mal eine da ab. Dann öffne ich einen 3-Hunderster. Schwach. Gib mal einen 3-Hunderster. Hab noch 300 übrig. Aber da warten wir jetzt. Das ist das letzte was ich hatte. Gib ihm was gutes. Bitte spiel. Bitte. Nein. Nein. Das ist gut aus. Nein. 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 Was ist das? So interessieren wir. Die da? Die heilt wahrscheinlich oder? Nein. Die macht natürlich 2000 damage. Wieso auch nicht? Aber der ist Max. Okay. 1,5. Area damage. Recover HP ungefähr 30%. Attack Speed. Oha. Doppel. Das ist doch nicht geil. Nein, drei Wochen. Circa. Woof, okay. Der, der sieht mich. Oh, ich könnte noch, könnte noch da was holen. Ehh, gib mir das. Komm, machen wir noch die 200 Wendels in Folge. Du, 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 du. Oh! Und? Und? Perfekt. Gar nicht gut. Aber doch gut. 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 Das ist gut. Ich kann das Ding geben. Mein Gesichtstyp. Ja. Gut. Gut. Nein, der ist gut. Gut. Gut, ja. Ja. Geil doch mal, Digga. Also nicht, du kriegst erständig. Es, Jungs. Ich werde dich noch kombinieren. Danke fürs Zuschauen. Lass ein Like und ein Abo da. Und, ciao. Bis nächste Folge.